So, Marie, die Lindenstraße ist ja ein ewiges Thema, also nicht nur im Fernsehen, sondern auch bei den Leuten. Das Ding hat angefangen quasi gegen den Widerstand der Fernsehschaffenden, die gesagt haben, eine Serie, die auf unendlich ausgerichtet ist, das haut bei uns nie hin, das gibt es in England, das gibt es in Amerika. Nun hat es doch hingehauen, eine riesige Fangemeinde, also ihr seid so zwischen 10 und 13 Millionen jeden Sonntag, kann ohne Lindenstraße nicht mehr leben. Könntest du ohne Lindenstraße noch leben? Na, also jetzt fragst du mich was. Ich habe 20 Jahre Theater vorher gespielt und habe viele, viele Fernsehrollen gespielt, aber ich muss sagen, die Lindenstraße ist Teil meines Lebens geworden, also besonders die Mutter Balmer. Ich habe sie mir so angezogen, also unter uns, ich spiele und spreche nicht alles das, was im Text steht. Also so ein ganz klein bisschen tue ich schon was eigenes dazu. Ich weiß nicht, ob der Hans Geisendörfer das jetzt gerne hört, aber ich mache es. Und weißt du denn auch, wie es weitergeht? Denn für euch ist das ja genau so ein Rätselrat. Im Moment bist du also ohne. Ja, ich bin geschieden. Genau. Sagst du dem Geisendörfer, also jetzt muss mir dein Mann ran, schreib mir doch mal einen ins Drehbuch. Ja, also sagen und wünschen kann ich viel, ob es dann gemacht wird, ist was anderes. Aber ich würde sagen, im Ganzen ist es eine große Vertrauenssache. Also wir kriegen so alle halbe Jahr, bekommen wir also einen Karton und da sind dann 50 Bücher drin. Ist übrigens alles sehr gut vorbereitet, ganz fantastisch. Kaum in einer anderen Produktion, muss ich sagen. So und dann in dieser Kiste ist nun das Schicksal von Mutter Beimer und dann stehe ich da und denke, mein Gott, wie geht es weiter? Aber wie auch immer, ich muss es anziehen, Buch für Buch und ich muss es lernen und verdauen und muss es spielen. Und das machst du ja so hervorragend, dass also ganze Gruppen dieser Serie mit großem Interesse folgen. Nun bist du ja als Frau um die 50, sag ich mal, ich rede immer von Mutter Beimer. Ja, natürlich. Frau um die 50 mit einem Mann, der ab und zu sich meldet, aber nicht zu Hause ist. In einer Situation, in der viele Frauen auch sind. Siehst du dich so ein bisschen auch als, ja Leitfunktion wäre zu viel, aber du hast ja nun alles in den Lindenstraßen miterlebt. Da gab es die Drogen, da gab es auch schon Aids. Man versucht also, die Probleme des Alltages, die Probleme, die uns heute interessieren, einzubauen. Ja, also wenn man das alles mal zusammenzählen würde, was da alles an Verfehlungen passiert in unserer Lindenstraße, also an Alkoholismus und Fahrerflucht und Beischlaf, Diebstahl, das Wort hat ich vorher noch nie gehört, dieses Wort, ja. Erschlichener Beischlaf, ja. Ja, ja, und Vergewaltigung in der Ehe und was es alles gibt und Aids. Und wenn man das alles zusammenzählt, es gibt da übrigens auch eine Rubrik von A bis Z, kann man nachlesen, dann würde ich sagen, da kommen 200 Jahre Knast zusammen. Oh, wow, 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 aber trotzdem, ein bisschen Crime muss sein in solchen Serien, aber trotzdem sind es ja Dinge, die uns auch betreffen. Und der Geisendörfer, das ist ja nun ein Mensch, der ja eher auf der intellektuellen Seite, nennen wir es mal so, Genau, im Gegensatz zu dem, was man sonst unseren Serienautoren vorwirft. Also siehst du, dass seine Verantwortung, in Anführungszeichen, auch aufgeht, dass er versucht, also nicht nur Hula und Palmen und brave... Ja, absolut. Das soziale Engagement, überhaupt, das gesellschaftliche Engagement ist von Hans Geisendörfer sehr groß, sehr stark. Und das ist überhaupt der Grund, also warum er diese Serie so intensiv weiterverfolgt. Und manche sagen also... Er hat ein Anliegen, er hat ein Anliegen. Und das scheint aufzugehen, weil viele sagen, die Leute wollen ja nicht den eigenen Miep online im Fernsehen sehen, die wollen immer nur Palmen sehen und mehr und... Aber es scheint wohl auch so zu sein, dass man sich da wiederfinden kann. So, manche gehen so weit in ihrer Fährung für die Lindenstraße, dass sie einen richtigen Kult rausgemacht haben. Sie wissen alles, sie kennen alles. Ich möchte als erstes mal Sie fragen, wenn ich es vorgelesen habe, oder dich fragen, die Mutter, ich darf ja Mutti... Meinst du, dass du die Wette gewinnen könntest? Also, wetten, dass Johanna Hansen und Lars Schruwe alle 314 Folgen der Fernsehserie Lindenstraße an den letzten 5 Sekunden erkennen können? Würdest du das schaffen? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, nee, also das schaffe ich nicht. Was ich gelernt habe, was ich gedreht habe, weiß ich, und dann tue ich es gleich wieder weg, damit ich meinen Kopf frei habe für Neues. Und du bist ja auch in vielen Folgen gar nicht, also in den letzten 5 Sekunden dabei. Ja, auch das, ja, ich bin auch nur in 37 von 52 Folgen, also ich bin nicht immer zu sehen. Aber ich würde sagen, das ist sehr, sehr schwer, sehr schwer. Ich meine, ein Fan kennt seine Lindenstraße, aber... 314 Folgen, 5 Sekunden. 314 Folgen, 5 Sekunden, also... Ich würde, also ich wünschte, dass sie es schaffen, aber ich habe so ein bisschen die Zweifel, also... Du kannst gut mit Nein stimmen, da schadest du den Kandidaten gar nicht, also das ist... Ich würde sagen, es würde mich wundern, ich würde sagen... Es ist nicht zu schaffen. Nein, nein, nein. Sie bemühen sich, aber es ist nicht zu schaffen, falls sie es doch schaffen, dein Wetteinsatz. Mein Wetteinsatz, ja. Also, ich möchte gerne, die Zuschauer erinnern sich vielleicht, es gibt doch dieses Maultaschen-Essen von Hansemann und Taube, was Taube immer ihrem Hansemann kocht. Kennlern-Tag. Kennlern-Tag, ja. Und diese Maultaschen möchte ich gerne verkaufen, zu einem guten Zweck. Aber nicht nur so, sondern ich habe mir ausgedacht, ich stehe oft im Publikum, im Volk und sammle dort die Spenden. Jetzt möchte ich gerne mal die Spenden im Bundestag sammeln. Also, ich würde mich bereit erklären, in der Bundestag-Kantine... In der Bundestag-Kantine diese Maultaschen sozusagen an die Herren Politiker anzubieten, zu einem sehr anständigen Preis. Über den Preis kann man dann noch reden, aber es muss was zusammenkommen. Und mit dem Geld, da soll also die Lebensbrücke, die sich einsetzt, jetzt, damit die Menschen in Russland über den Winter kommen, soll also das Geld dafür sein, warme Mäntel zu kaufen, Stiefel zu kaufen, Medizin und Essen. Und das soll also über die Lebensbrücke nach Petersburg, soll das geschafft werden. Gut, also unsere Politiker sind aufgerufen. Mutter Beimer kocht in der Bundestag-Kantine, die berühmten Maultaschen. Und die Damen und Herren müssen sich anschauen mit den Tabletts. Und nicht, dass einer sagt, ich kann nichts essen, ich habe meine Diäten gerade erhöht. Also so geht es nicht. Kontonummer, und wir werden sie auch noch einblenden. Es ist die Commerzbank München, Kontonummer 22 22 55 2. Wir blenden das nochmal ein. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, alle Telefone sind blockiert, wegen der Lebenshilfe. Das wird vor allem die Gruppe freuen, die jetzt auftritt. Sie kommen nämlich aus Russland. Es handelt sich um das Moskauer Festival Ballett. Die große, die Königin des Balletts, Maria Brisonskaya, ist die Solistin, wird auf Händen getragen von Valerie Landratthoff. Sie werden einen Ausschnitt aus Don Quixote tanzen. Viel Vergnügen. Das Beweisfoto. Und dann war ja die Marie-Louise Marian aus der Lindenstraße. Die hat ihre Kinder mitgebracht und hat am langen Eugen in Bonn in der Kantine des Bundestages Maultaschensuppe ausgeteilt. So, das ist der lange Eugen. Wir blenden gleich in die Kantine. Hier kommen die Lindenkinder. Und wir werden jetzt also servieren helfen, wie sie es gelernt haben zu Hause. Und dann sehen wir also, wie die Politiker nicht nur gefüttert werden, sondern wie sie selbstverständlich auch dafür beraten müssen. So, jetzt bekommt hier unsere Lindenmutti eine Schürze um. Das war also für die Lebensbrücke für St. Petersburg. Und die Maultaschen, das ist ja so eine Art Suppe hier. Da unsere Frau Süßmuth. Das ist Frau Matthäus. Kleckert ein bisschen beim Suppen, aber ansonsten für den guten Zweck.